Die Björn-Steiger-Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Sigrid Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn-Steiger-Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn-Steiger-Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen. Folge 16. Zu Gast in einer der modernsten Notfallkliniken Deutschlands. Guten Tag und herzlich willkommen zum neuen Podcast der Björn-Steiger-Stiftung. Heute bin ich in Hessen am Universitätsklinikum und hier steht eine, wenn nicht gar die modernste Notaufnahme Europas. Und ich freue mich heute mit dem Direktor des Zentrums für Notfallmedizin, Herrn Prof. Dr. Matt Clemens Kill, zu sprechen. Prof. Kill ist in der Medizinwelt sehr populär, sehr bekannt, weil er hohes Renommee hat, aktiver Teilnehmer auf zahlreichen Kongressen ist und dort, aber eben nicht nur dort, die Modernisierung der Notfallversorgung und des Rettungsdienstes in Deutschland fordert und auch an dieser Stelle hier umsetzt. Willkommen, Herr Prof. Kill. Vielen Dank. Aber da uns nicht nur die Medizinpros hören, sondern auch Menschen, die allgemein an dem Thema Notfallversorgung sehr interessiert sind, will ich gerne eine Frage stellen, die Sie, Herr Prof. Kill, wahrscheinlich zum Gehnen, zum Schreien bringt und die Sie sicherlich auch nicht zum ersten Mal gehört haben. Ihr Nachname ist sicherlich in Ihrem Beruf eher ungewöhnlich, Herr Prof. Kill. Wie reagieren Ihre Patienten oder auch Kollegen darauf? Ach, wissen Sie, das höre ich seit so vielen Jahrzehnten, das ging in der Schule an. Aber da waren Sie doch nicht Arzt. Dass man da ein bisschen gehänselt hat. Naja, ich habe ja viele Jahre in meinem Leben nicht hauptberuflich nur Notfallmedizin gemacht, sondern auch Anästhesie. Das heißt, ich habe Narkosen gemacht bei Menschen, die gesund waren und mit denen ich vorher sprechen musste und die dann auch fragten, wie heißen Sie? Und Sie legen mich jetzt schlafen und heißen Kill. Dann habe ich immer gesagt, wissen Sie, zwei Dinge. Das eine ist, seien Sie froh, dass ich so heiße und nicht Müller. Dann können Sie sich wenigstens merken, wer Sie narkotisiert hat. Und das andere ist, dass ich mir bei dem Namen gar nicht leisten kann, dass was passiert. Und das hat dann alle zum Lächeln gebracht und durchaus beruhigt. Und diesen Satz, den wende ich bis heute an, wenn einer fragt, Sie heißen so, ja, klar. Das ist doch besser, als wenn es passiert. Ja, ich habe gedacht, dass das nicht das erste Mal ist. Ganz im Gegenteil. Und Namenswitze sind nicht die feinsten. Aber es wäre auch doof, wenn wir jetzt einfach drüber weggehen würden. Und der Zuhörer, die Zuhörerin denkt sich einfach, Mensch, das ist ja spannend. Warum fragt der nicht danach? Und danke, dass Sie das so offen auch ansprechen. Aber wir haben darüber gesprochen, hier in Essen, wir sind quasi direkt dort, ist eine der modernsten Notaufnahmen Europas. Was macht diese Notaufnahme so besonders? Wir hatten die Chance, vor mittlerweile knapp sieben Jahren komplett strukturell, baulich und vor allem organisatorisch eine Notaufnahme neu aufzubauen, die vorher in dieser Form gar nicht existiert hatte, eine Uniklinik, was eigenwillig war aber so. Und konnten somit nicht einfach nur was Neues bauen, sondern konnten auch mit einem sehr, sag ich mal, modernen und zukunftsweisenden organisatorischen Konzept ins Rennen gehen. Nur ist es so, dass vielerorts Notaufnahmen ja so organisiert sind, dass das so eine Art Multikulti-Gruppe aus ganz vielen verschiedenen Fachrichtungen sind, die da, böse gesagt, ein bisschen durcheinander laufen. Und man dann einen suchen muss, der für einen bestimmten Patienten zuständig ist. Das ist so ein bisschen ein deutsches Phänomen. Diese vielfältigen Fachabteilungen, die in der Notaufnahme selbst tätig werden oder, und das ist meiner Meinung nach das große Problem, nicht tätig werden, weil immer der eine sagt, er sei dafür nicht zuständig. Und wir haben das komplett anders gestartet. Wir haben ab dem ersten Tag gesagt, wir machen keine fachabteilungsbezogene Notaufnahme, sondern wir betreiben die Notfallmedizin als klinisches Fach. Das heißt, unsere Ärzte sind immer zuständig. Wenn sie kommen und haben Bauchschmerzen oder Brustschmerzen oder Armschmerzen oder Jucken an der Nase, dann ist immer das gleiche Ärzteteam, was sich um sie kümmert. Und zunächst einmal versucht, aus dieser Vielfalt der Symptome eine Diagnose zu ermitteln und vor allen Dingen akute Gefahr abzuwenden. Eigentlich soll eine Notaufnahme ja auch ein bisschen Leben retten. Das tun wir dann natürlich auch. Und erst dann, wenn klar ist, was eigentlich das Problem ist und wir selber es vielleicht nicht auf die Schnelle lösen können, dann der Patient nach vielen Stunden oder am nächsten Tag in eine spezialisierte Abteilung kommt, wo eben sein spezielles Problem richtig gelöst wird. Und nicht so eine Odyssee von einem zum nächsten macht. Stellen Sie sich vor, eine junge Frau mit 21 Jahren kommt mit Unterbauchschmerzen. Da können Sie sieben verschiedene Fachärzte aufsuchen mit und letztendlich vielleicht trotzdem keine vernünftige Diagnose haben. Und das haben wir anders gemacht und sind damit so unterwegs wie das, was heute so diskutiert wird. Nämlich brauchen wir einen Facharzt für Notfallmedizin. Wir leben das bereits seit sieben Jahren genau in dieser Art und Weise. Und das ist, glaube ich, die größte Besonderheit, dass wir eine Notfallmedizinische Struktur sind, wie man sie sonst nur im Ausland kennt und in Deutschland sie bis dato kaum existiert. Inwieweit sind die Ärztinnen und Ärzte, die in der Notfallmedizin hier arbeiten in Essen, am Uniklinikum bei Ihnen spezialisiert auf verschiedene Bereiche oder sind sie eher allgemein geschult, haben ein großes, breites Wissen. Aber wie weiß die Ärztin, der Arzt aus Ihrem Bericht, Sie haben ja viele acht Oberärztinnen, Ärzte, 13 Assistenzärztinnen und Ärzte, zumindest auf ihrer Webseite ist ja schon wirklich sehr viel. Wie weißt du, was ist bei den Unterleibsschmerzen der 21-Jährigen wirklich der Fall ist? Das ist eigentlich ganz einfach. Diese Entscheider bei uns sind natürlich das das oberärztliche Team und das sind alles langjährige, auch präklinisch tätige Notärztinnen und Notärzte, die wiederum aus verschiedenen Fachrichtungen kommen. Das kann aus der inneren Medizin sein, in der ursprünglichen Fachrichtung, das können Anästhesisten, Intensivmediziner sein, die aber alle sich sozusagen mit ihrer Facharztausbildung anschließend umorientiert haben in die Notfallmedizin. Und die Notfallmedizin im Krankenhaus kann man vielleicht verstehen als eine Mischung aus dem Allgemeinmediziner draußen. Der muss ja auch, egal ob die Nase juckt oder das Bein quietscht, sich erstmal damit beschäftigen und sich eine Idee entwickeln. Also das ist das eine, was wir dabei tun. Und das andere ist, dass wir zusätzlich Intensivmediziner und Lebensretter sind. Das heißt, wenn es um Leben und Tod geht, alles, was die Intensivmedizin auch macht, bereits in der Notaufnahme beginnen und tun. Und die Intensivmedizin zum Beispiel ist ja auch eine Medizin, die zunächst einmal sich an der Schwere der Erkrankung festmacht und nicht daran, ob es chirurgisch, internistisch, gynäkologisch oder sonst was ist, sondern es ist eine breite Medizin. Und wir machen mit Notfallmedizin eigentlich die Mixtur aus Allgemeinmedizin und Intensivmedizin zur ersten Diagnosefindung. Und das kann man genauso lernen, wie man lernen kann, sich nur in Anführungszeichen mit Herz zu beschäftigen. Und wie lang bleibt dann ein Patient bei Ihnen und wann wird er dann transferiert in eine andere Abteilungsstation? Das schwankt zwischen vorsichtig aus und wenigen Minuten. Also wenn zum Beispiel ein Patient zu uns kommt mit einem Herzinfarkt, der im EKG einen gesicherten Herzinfarkt hat, dann wird dann natürlich so schnell wie möglich in der Kardiologie eine Herzkrediteruntersuchung unterzogen. Das ist völlig klar. Das kann aber auch teilweise mehrere Tage bei uns dauern. Wir haben auch eine eigene Station. Gerade wenn nicht klar ist, wo die Reise hingeht oder ein Patient beispielsweise nur eine Nacht beobachtet werden muss, bevor man sagen kann, er kann wieder nach Hause, dann geht er gar nicht in eine andere Fachabteilung, sondern bleibt bei unserer eigenen Überwachungsstation. Und wir entlassen ihn dann selbst, ohne dass der eine fachspezifische Behandlung überhaupt sieht. Und wenn einer schwerst erkrankt ist und bei uns im Schockraum mit lebensrenden Maßnahmen versorgt wird, dann wandert er in der Regel nach ein, zwei, drei Stunden, wenn er komplett versorgt ist, die gesamte Diagnostik gelaufen ist, Computer, Tomografie, Ultraschall, alles was nötig ist und er stabilisiert ist auf einer Intensivstation oder auch in einer anderen Intervention weiter. Also wir reden hier von wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen. An wem, an welchem Modell haben Sie sich orientiert, als Sie dieses Konzept umgesetzt haben? Das ist ein Verfahren, was insbesondere im angelsächsischen Ausland seit Jahrzehnten gelebter Standard ist. England, Amerika. In Großbritannien, in den USA. Da gibt es diese Fachrichtung Accident and Emergency beispielsweise und da ist das gelebte Praxis. Da ist ein Facharzt für Orthopädie, der kommt nachts nicht in die Notaufnahme. Das machen die Notfallmediziner. Der hat am nächsten Tag die Aufgabe gegebenenfalls. Und das ist eigentlich ein internationales, ist das der Goldstandard. Nur in Deutschland sind wir da wahnsinnig hintendran. Warum auch immer, sind eines der wenigen, ich glaube mittlerweile, es gibt nur noch zwei Länder in Europa, die kein Facharzt für Notfallmedizin haben. Bei allen anderen ist das eigentlich mehr oder weniger etabliert. Also man muss da nicht viel Neuer finden, sondern nur mal mit offenen Augen sich die Welt anschauen. Nun ist es eins, sowas zu sehen, zu erkennen. Ist es was ganz anderes, das umzusetzen und auch durchzusetzen? Wie haben Sie das hinbekommen? Ja, zum einen mit viel Unterstützung des Vorstandes und Aufsichtsrates, der gesagt hat, wir müssen jetzt hier grundlegend etwas aufbauen. Und natürlich auch der große Vorteil war dadurch, dass keine auch nur ansatzweise vergleichbare Notaufnahmestruktur vorbestand, konnte man etwas neu machen, ohne dass man einen Bestand ändern musste. Also der große Vorteil war diese Entwicklung in der Medizin, wenn das ein Change Management ist, dann hat man viele Widerstände. Dann muss man gucken, wie erkläre ich denen, dass das bisher nicht gut war und dass wir es jetzt anders machen müssen. Und weil da nichts war, was wir hätten anders machen müssen, war natürlich die Chance und sagen, wir machen es einfach mal so, wir überholen jetzt mal 15, 20 Jahre Entwicklung, die in Deutschland noch passieren müssen und starten dann im Jahre 20, 38 einfach. Wie ist die Rezeption von anderen Einrichtungen? Kommen die zu Ihnen? Schauen die sich das an? Sagen Sie, das ist der neue Goldstandard? Gibt es Kritik? Wenn ja, warum? Also innerhalb der Familie, der Notaufnahmeleute, der Notfallmediziner, der Fachgesellschaft für die Notfallmedizin, gelten wir als absolut zukunftsweisend. Und viele hätten es gerne so. Die wenigsten haben so auch ein großes und breit aufgestelltes Oberarztteam, wie wir es zum Beispiel haben. Die haben einen oder zwei, aber keine acht oder zehn Leute. Da ist die Resonanz durchweg positiv. Bei uns im Hause ist es gut akzeptiert, weil wir eben auch niemandem das weggenommen haben, weil es eben sozusagen neu aufgebaut wurde und die Abteilungen hinter uns natürlich davon profitieren. Eine leistungsstarke Notaufnahme zieht natürlich Patienten, die Schlaganfälle, Herzinfarkte haben und ähnliches und befüllen sozusagen die Fachabteilung mit auch Notfallpatienten, die auch notfallmedizinische Patienten eben haben, wie Kardiologen oder Neurologen. Natürlich gibt es auch Menschen, die das anders sehen, insbesondere medizinische Fachgesellschaften in Deutschland stehen dieser Emanzipierung der Notfallmedizin sehr kritisch gegenüber. Also das ist die Anästhesie, ist die Unfallchirurgie, die Kardiologen, die Internisten, die sagen, wir machen noch alles, ist doch alles super bisher, brauchen wir doch gar nicht. Ging doch früher und bisher auch so. Und wir machen das schon. Dann kann man schauen, wie es dann wirklich ist und der nachts um drei sich dann wirklich kümmert und ob dann wirklich alle Experten da sind. Ich glaube, es wird erstens die Politik und zum anderen perspektivisch auch die Patienten entscheiden, wo sie hingehen und wo sie glauben, dass das professionell und gut läuft. Wie kommen die Patienten, die Patientinnen zu Ihnen? Also wenn jetzt ein akuter Notfall ist, ist es natürlich eine regionale Perspektive, ein regionaler Grund natürlich aus dem Umkreis, hier denke ich, wird man die schwersten oder schwerverletzten auf jeden Fall zu Ihnen bringen. Aber welche Kriterien spielen da eine Rolle? Ja, es ist völlig klar, es ist Regionalität. Also Notfallmedizin kann man nicht aus 400 Kilometern Abstand machen. Wenn es sich um Notfälle handelt, dann sind wir natürlich als Maximalversauger hier nicht nur in der Stadt Essen, sondern auch in der Region tätig. Aber das ist, sage ich mal, ein zweistelliger Kilometerradius. Das ist völlig klar. Und die Patienten kommen auf zwei typische Wege zu uns. Die eine Hälfte, knappe Hälfte kommt mit dem Rettungsdienst, weil sie anders nicht herkommt, weil sie entsprechend krank ist und mindestens mal liegen muss oder notärztlich versorgt werden muss etc. Und etwas mehr als die Hälfte kommt tatsächlich zu Fuß. Entweder weil Hausärzte oder der ärztliche Bereitschaftsdienst die akut einweist wegen eines akuten Problems oder auch, und das ist ja in den Medien allgemein bekannt, weil Patienten sagen, mir geht es schlecht, ich brauche jetzt Hilfe. Und leider natürlich die Notaufnahmen an der Stelle mit Abstand die leistungsfähigsten Systeme in der Notfallversorgung sind. Und im Gegensatz zu dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst jederzeit da sind, immer alles vorhanden ist, sie auf alles zugreifen können und sofort maximale Hilfe kriegen. Wir haben uns kennengelernt auf einem Kongress der Björn-Steiger-Stiftung in Würzburg. Und da hat mich sehr überrascht Ihre damalige These. Ich weiß nicht, ob sie sich in der Zwischenzeit geändert hat, gerade zu diesem Thema, was Sie gerade angeschnitten haben. Und wenn ich das so richtig wiedergebe, wenn nicht, sagen Sie es mir bitte auch, aber dann war das in etwa so, wenn die Menschen diese Probleme haben und einem gefühlten Notfall dann zu uns kommen, in die Notfallaufnahme, dann sage ich nicht, selbst als Chef einer solchen Einrichtung kommt nicht, geht erst zum Hausarzt, sondern ihr habt ein Recht, ein Anrecht dahin zu kommen, wo euch am ehesten, am schnellsten geholfen wird, nämlich in die Notaufnahme. Also das ist tatsächlich ja nicht ganz nur meine These. Auch die Expertenkommission der Bundesregierung hat festgestellt, dass der Notfall dadurch definiert ist, dass entweder der Patient oder Mediziner der Meinung sind, dass jetzt unmittelbar Hilfe erforderlich ist. Aber wir kennen, wenn ich da kurz rein darf, die Debatte, dass ja vielfach gesagt wird, lasst die Leute irgendwo anders hingehen, kommt nicht in die Notfallaufnahme. Ihr verstopft das System, ihr habt meistens gar nichts, ihr wollt nur nicht zum Hausarzt gehen und da lange warten. Deswegen kommt gar nicht erst. Das ist ja ein Teil der Kritik. Das ist ein Teil der Kritik. Und wenn man jetzt sagt, 60 Prozent kommen zu Fuß, 40 Prozent mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme, dann ist es aber leider nicht so, für uns leider, für die Patienten natürlich nicht, dass diese 60 Prozent alle woanders hingehen könnten. Das Problem ist einfach, dass die Leistungsfähigkeit unserer ambulanten Medizin, die von der KV her getragen wird, dass die viele Dinge einfach nicht leisten kann. Also fangen wir zum Beispiel damit an, dass sie mit dem Fuß umgeknickt sind und abends um zehn nach ihrem Volleyballtraining wissen wollen, ist da was gebrochen. Es gibt niemand, der sie da draußen röntgt. Auch wenn sie nach einem Röntgenbild wieder nach Hause dürfen mit einem Wickel um den Fuß. Genauso wie wenn sie Brustschmerzen haben und mit ein oder zwei Laboruntersuchungen innerhalb weniger Stunden ausgeschlossen werden kann, dass sie einen Herzinfarkt haben. Das kann man draußen nicht machen. Das heißt, nicht jeder, der bei uns in die Notaufnahme hineinkommt und auf seinen eigenen Füßen oder humpelt sie wieder verlässt, ist Fehl am Platz. Das ist nicht so. Von diesen 60 Prozent, die zu Fuß kommen, wir haben das auch wirklich mal ausgewertet, könnte man guten Gewissens, also von 100 insgesamt, die kommen, könnte man guten Gewissens vielleicht gerade mal 15 Prozent sagen, pass auf, geh zum Hausarzt, du brauchst nichts, was nur wir haben. Das heißt, im Endeffekt ist die Diskussion, dass jemand eine sogenannte ambulante Versorgung bekommt. Also ambulant heißt, er übernachtet nicht bei uns im Bett. Heißt nicht, dass er falsch ist. Das muss man ganz klar trennen. Nur weil wir kein Geld kriegen als stationären Fall und nur weil derjenige vielleicht nach sechs Stunden wieder nach Hause geht, ist das trotzdem so, dass er vielleicht den CT bekommen hat, zwei Laboruntersuchungen bekommen hat, irgendeine Ultraschalluntersuchung, die draußen keiner machen kann oder irgendein Verband oder sonst was. Und das ist halt das Problem. Natürlich entlastet ein funktionierender ärztlicher Bereitschaftsdienst die Notaufnahmen signifikant. Aber wir sind hier in der Stadt Essen. Hier in der Stadt Essen können sie nach 22 Uhr in keine Notdienstzentrale mehr gehen, weil die einfach zu haben. Weil die sagen, das lohnt sich für uns nicht. Ja, das rechnet sich nicht. Also so wird Medizin in Deutschland leider gemacht. Das muss sich rechnen. Unsere Notaufnahme rechnet sich nicht vormittags nicht, mittags nichts, abends nicht. Das ist ein Zuschussgeschäft, aber wir machen es trotzdem. Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Jeder Tag ist unterschiedlich, sicherlich. Gerade hier kann man das nicht sagen. Aber wenn Sie uns einmal mitnehmen durch den Tag, wie ist der strukturiert bei Ihnen? Also mein Arbeitstag als Chef sieht natürlich anders aus als der typische Arbeitstag der Notaufnahme. Der typische Arbeitstag der Notaufnahme sieht so aus, dass morgens um sieben sozusagen im ärztlichen Dienst der größte Schichtwechsel stattfindet. Und meistens dann in dieser Notaufnahme noch oftmals ein Dutzend Patienten vom Vortag über Nacht durch unsere eigene Station auch noch vorhanden sind, die sortiert werden mit der Frage, kann man sie entlassen? Schicken wir sie irgendwo hin? Schicken wir sie in eine Fachabteilung? Also das beginnt morgens mit dem großen Sortieren und dem Versuch möglichst diese Notaufnahme leer zu bekommen. Denn im Gegensatz zu anderen Medizinsystemen, wie in der Arztpraxis oder sowas, ist bei uns der Peak oder der Patientenzustrom auch von Akutpatienten nicht morgens um sieben oder um acht, sondern der hat eine gewisse Zeitverzögerung. Das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass die Leute erst mal erkennen müssen, dass sie ein Problem haben oder vielleicht sogar erst mal versuchen, beim Hausarzt Hilfe zu kriegen. Und während wir dann morgens die Notaufnahme versuchen, leer zu arbeiten, kommen also meistens so ab 10, halb 11, 11, fängt das an, sich deutlich zu füllen. Und während dann, sag ich mal, mittags um 13, 14 Uhr viele draußen versuchen, möglichst den Roller anrund zu machen, bewegen wir uns auf die maximalen Patientenzahlen zu. Also unsere Peaks sind so zwischen 12 und 17 Uhr, manchmal bis abends nach 22 Uhr, weil wir eben im Gegensatz zu den elektiven Bereichen ja jederzeit da sind. Und je weniger elektiv läuft oder je weniger Regelsprechstunden irgendwo laufen, umso mehr suchen Leute natürlich Hilfe bei uns. Und deswegen ist bei uns der Tag immer so vier bis sechs Stunden hintendran. Also die höchste Personalvorhaltung haben wir auch im Zeitraum zwischen 13 und 19 Uhr in dem gesamten Staff, weil wir sonst das nicht bewältigen können. Und so geht das dann weiter. Es kommen Patienten, das sind eine hohe zweistellige Anzahl am Tag zwischendrin, gerade wenn man es meist nicht brauchen kann, kommen dann Schwerstkranke beispielsweise, Patienten unter laufender Reanimation vom Rettungsdienst eingeliefert werden, wo wir dann quasi nebenher in einem unserer drei Schockräume entqualifizierte medizinische Versorgung machen bis zum Einbau einer mobilen Herz-Lungen-Maschine und solchen Dingen. Während nebendran dann der mit dem Rückenschmerzen und dem Männerschnupfen am Tresen sozusagen von der Schwester auf seine Dringlichkeit hin triagiert wird und einsortiert wird, wann er denn dran ist. Ja, da gibt es ja immer das große Unverständnis, wenn man schon kommt und denkt, man hat sonst was, dass man dann da, ich kenne das ja selbst, war auch schon mal in der Notaufnahme, dachte ich, sonst was hatte ich zum Glück nicht. Also ich bin tatsächlich auch Profiteur gewesen von den Seiten der Notfallaufnahme, die Sie beschrieben haben. Hätte auch was anderes sein können, aber ich war sehr froh, dass mir da geholfen wurde und dass mir gesagt wurde, nee, Sie können ruhig sein, Sie haben da nichts. Und musste aber natürlich, wahrscheinlich weil die fachkundigen Ärztinnen und Ärzte das sofort gesehen haben, Stunden warten. Und da gibt es natürlich immer Unverständnis und Rumkriegeleien. Wie gehen Sie damit um? Also zunächst einmal versuchen wir unsere Patientinnen, Patienten und auch die Angehörigen darüber zu informieren, dass das keine Wartezeit ist. Eine Wartezeit ist, ich komme, bevor der Ärzte sich um mich kümmert. Diese Wartezeit ist bei uns in der Regel unter fünf Minuten, weil das Erste, was passiert, dass sie von einer fachkundigen Person, in der Regel eine Krankenschwester, bei uns an der Anmeldung und Ersteinschätzung gefragt werden, was ist ihr Problem und auf so einer Farbskala einsortiert werden. Rot heißt, wir müssen sofort wiederbeleben, blau heißt, das hat auch ein paar Stunden Zeit. Und mit diesem Farbklecks in der Liste werden Sie priorisiert. Und ab diesem Zeitpunkt passiert etwas. Sie sind schon mal irgendwo Risiko eingeschätzt worden. Und dann gibt es natürlich einen ersten Arztkontakt. Und ab diesem Zeitpunkt, spätestens reden wir nicht mal von Wartezeit, sondern von einer Behandlungszeit. Weil dann kriegen Sie Blut abgenommen. Das dauert anderthalb Stunden, bis die Werte da sind, auch bei uns oder eine Stunde. Das ist keine Wartezeit. Das ist ganz normal. Da läuft ja was im Hintergrund. Das passiert vielleicht. An Ihnen wird nichts hantiert. Aber wir veranlassen Untersuchungen. Sie kommen zum Röntgen. Oder es gibt bestimmte Untersuchungen. Oder wir sagen, wir müssen mal noch einen Rat eines weiteren Fachkollegen dazuziehen. Oder irgendetwas. Also es passiert ja einiges. Und das Argument für uns ist immer, wenn Sie zu uns kommen und sind, sage ich mal, sechs oder zehn Stunden in der Notaufnahme, werden anschließend nach Hause geschickt, haben ein CT bekommen, zwei Laboruntersuchungen bekommen, drei verschiedene Ärzte haben Sie untersucht. Dann müssen Sie sich mal vorstellen, wie lange das dauert, die gleiche Leistung draußen zu kriegen. Da warten Sie allein auf die Termine drei Monate. Und wir machen es in nur zehn Stunden. Und das ist das Argument. Und es gibt Menschen, die verstehen es. Es gibt Menschen, die verstehen es nicht. Das ist dann leider so. Wir haben auch Konflikte, die da entstehen. Und es gibt auch teilweise eine zunehmende Erwartungshaltung. Aber das ist eben so, wie es ist. Also das Argument ist immer, die Leistung, die Sie in dieser Zeiteinheit kriegen, kriegen Sie woanders nur in Wochen und Monaten. Jetzt könnte man ja der Meinung sein, und das überrascht mich, ich finde es sehr positiv, dass Sie aber der Meinung sein müssten, wie so viele andere auch, zu sagen, nein, wir werden hier überlastet als Einrichtung. Wenn wir so weitermachen, kommen immer mehr Menschen zu uns, gerade weil sie diese Leistungen bei uns so schnell bekommen, anderswo die Wartezeiten immer länger werden. Was bringt Sie trotzdem, vielleicht noch mal auf diesen einen Punkt zurückkommt, dahin zu sagen, nein, ich öffne mich denjenigen, die zu mir kommen wollen und stelle ihnen diese Leistungen zur Verfügung? Das ist jetzt vielleicht nicht ganz klar gewesen. Also wir propagieren nicht aktiv, bitte kommt zu uns, wir haben zu wenig zu tun. Aber wenn die Menschen kommen, müssen wir es zunächst mal respektieren und irgendwie lösen. Auch wir bieten Leuten mit einer niedrigen Versorgungsdringlichkeit und einem offensichtlich profanen Problem an, zu sagen, wissen Sie was, ich glaube, Sie gehen morgen mal zum Hausarzt, das reicht. Machen wir natürlich auch. Aber wir machen nicht die Tür zu und erwarten, dass die Leute eine Eintrittskarte von einem anderen sich holen, damit sie zu uns reinkommen dürfen. Das ist auch in Deutschland im Moment nicht der Plan. Das ist halt leider so. Und ich hoffe, dass die KV ein bisschen mehr in ihre Versorgungsverantwortung genommen wird durch die Gesetzesreform, die gerade auf dem Weg ist. Das ist ja auch so zu sehen, dass vielleicht vieles auch mit einer Telesprechstunde gelöst werden kann. Und ich glaube, dass viele Leute, wenn wir auch ein besseres Angebot haben, einer niederschwelligen Beratungsleistung, also wir haben im Moment ja nicht nur die Möglichkeit, ich gehe entweder irgendwo hin oder ich halte es aus. Ich kann nicht irgendwo mich mit einem Videochat beraten lassen, ob das was Schlimmes ist. Wenn wir solche Dinge haben, dann kann man vieles, glaube ich, drüber abpuffern. Und dann wird das uns auch entlasten. Aber zunächst einmal pauschal zu sagen, dass die Leute zu doof sind oder sonst was. Nein, zunächst einmal, wir müssen als Experten den Leuten einen Zugang zum System liefern, wo diese Sortierung einfacher und besser geht und nicht die Leute umerziehen. Das kann nicht funktionieren. Das ist unser Job. Wir müssen entscheiden, wer was braucht. Und wenn wir das mal in der Distanz telemedizinisch hinkriegen oder mit anderen Systemen oder eine App zu eintickern, wie schlimm es wirklich ist, da gibt es sehr viele Ansätze. Aber unser rigides deutsches System braucht immer Jahrzehnte, um digitale Möglichkeiten erstmal zu erkennen und zweitens mal dann auch noch mit deutscher Gründlichkeit umzusetzen. Jetzt sind Sie hier in Essen Vorreiter. Könnten anderen Kliniken in Deutschland als Modell dienen? Welche Schritte sind notwendig, damit das auch tatsächlich so funktionieren kann? Solange die Politik wie auch die Berufspolitik, und wir sprechen hier von der Ärztin Selbstverwaltung zu einem Überfluss, nicht versteht, dass die Notfallmedizin mittlerweile ein eigener Funktionsbereich ist, der eigentlich einen eigenen Facharzt verdient, der nur das macht und das auch gut macht. Solange dieser Weg nicht begangen ist, wird das alles immer nur in kleinen Schritten und mit Widerständen und sonst was passieren. Das Zauberwort heißt Facharzt für Notfallmedizin. Das entlastet alle anderen hintendran und stellt gleichzeitig Qualitätskriterien in der täglichen Praxis auf. Das wird möglicherweise dazu führen, und damit habe ich persönlich gar nicht so Probleme, dass wir die Flächenversorgung schon etwas weniger dicht haben, wie wir sie heute haben. Aber wenn man ganz ehrlich ist, in dem Moment, wo es um Leben und Tod geht, helfen uns die kleinen Krankenhäuser am allerwenigsten weiter. Da braucht man Zentren. Und in dem Moment, wo es um einfache Befindlichkeitsstörungen geht oder um weniger lebensbedrohliche Dinge, wo also, sag ich mal, Wohnortnähe nett wäre, da ist es lediglich Komfort. Leben und Tod, da geht es eben drum in einer Notfallklinik, in einer Unfallklinik. Wie gehen Sie und Ihr Team mit besonders schweren Fällen um, die auch, ich denke auch mal nach so vielen Jahren im aktiven Dienst emotional belastend sein können? Und gibt es da spezielle Maßnahmen oder Ansätze, um die, ja auch die psychische Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen? Das gibt es tatsächlich. Erfreulicherweise hat sich, das ist auch so ähnlich in der außerklinischen Situation wie auch in der innerklinischen, durchaus mittlerweile etabliert, dass es nicht an der Person hängt, an der Einzelnen, ob etwas belastend ist oder nicht, sondern an der Situation. Das heißt, dass nicht man der Haudegen sein muss, dem das nichts ausmacht, sondern dass es eben so ist, dass es völlig normal ist und dass die Menschen vielleicht unterschiedlich darauf reagieren, damit umgehen. Wir haben dazu entsprechende Angebote auch innerhalb des Hauses, die dafür genutzt werden können. Wir versuchen im Team grundsätzlich bei besonders blöden oder, sag ich mal, belastenden Situationen, also wenn jetzt zum Beispiel junge Leute trotz aller Bemühungen uns unter den Händen weg versterben, dann sind wir ja nicht schuld daran. Aber es ist trotzdem kein schönes Gefühl. Wir haben alles versucht und wir versuchen diese Situation noch systematisch, sowohl von der, sag ich mal, Belastungsituation als auch von dem, wie wir diesen Fall gemanagt haben, unmittelbar zu debriefen, sozusagen. Wir beschäftigen uns auch in der Zeit in der Distanz mit besonders kniffligen Fällen oder besonders unschönen Verläufen, indem wir die nochmal aufarbeiten und gucken, was können wir daraus lernen. Könnten wir vielleicht etwas insgesamt nächstes Mal besser machen? Haben wir was übersehen? Sind Optimierungspotenziale? Das ist ja auch so ein Ding, wo man, sag ich mal, sieht, dass man sich darum bemüht, dass alles bestmöglich läuft. Und das ist so im Großen und Ganzen dieses Setting. Ich selber mache seit 40 Jahren Notfallmedizin, also über die Rettungsdienstschiene ziemlich auf den Tag genau. Und ich nehme mich da nicht aus, dass es Situationen gibt, die ich bis heute in Erinnerung habe. Das ist völlig normal. Wir müssen nur daran, alles daran setzen, dass man deswegen nicht nachts aufwacht, weil man davon träumt. Das ist die große Aufgabe. Ansonsten wäre alles andere maximal empathielos, wenn das alles an einem vorbeiginge. Aber das ist mittlerweile vor allen Dingen im Beruf der Medizin, aber genauso auch bei Feuerwehren und Ähnlichem, es ist zumindest akzeptiert, dass das nicht Schwäche ist, sondern völlig normale menschliche Reaktion, dass diese Dinge eine Belastung darstellen. Was wir leider nicht bekommen, wir kriegen keinen Tag Urlaub mehr deswegen, wir kriegen keine sonstigen, sag ich mal, Marsch-Erleichterungen. Das ist tatsächlich ein Ding, was in dem Beruf immer nennt, sicherlich den einen oder anderen doch von abhalten mag, in so einem Bereich zu arbeiten. War früher mehr Haudegen? Auf jeden Fall. Also früher war es, also wenn ich mal 20, 30 Jahre zurückblicke, waren die, die belastet waren, die Weicheier, die halt einfach nicht robust genug waren für den Job. Ja, und die coolen, die sind da extra nochmal gucken gegangen irgendwo, wenn da einer zerfetzt und dann Zug lag. Mittlerweile ist es so, dass das akzeptiert ist, dass man sowas versucht, möglichst zu minimieren, dass man nicht jeden irgendwo da hinschickt, sondern sagt, pass auf, jetzt müssen ja nicht alle gucken gehen, das reicht, wenn die Nötigsten das tun und so weiter. Und dass das dann nicht uncool ist, sondern dass das sinnvoller Umgang ist, um zu vermeiden, dass man unterwegs Leute verliert, die dann doch irgendwo damit nicht umgehen können, trotz aller Hilfestellung. Das kann natürlich immer passieren. Die Arbeit in der Notaufnahme übt auf viele Menschen eine hohe Faszination aus. Auch das ist ja wahr. Und die Intensität, die Notwendigkeit zu schnellen, oft lebensrettenden Maßnahmen und Entscheidungen, das hohe Fachwissen, das immer wieder neu anwenden, in jeder neuen Situation neu zu reagieren, unter höchster Anspannung, das unter Zeitdruck abrufen und anwenden. Das sind ja Merkmale, die neben all der Wichtigkeit, der Ernsthaftigkeit auch für viele Menschen, wir sehen das in der Popularität des Themas Rettungsdienst, Notfallrettung, heutzutage eine hohe Faszination mit sich bringen. Und wir sehen das auch in der Überhöhung von verschiedenen TV-Formaten, TV-Serien, ein bisschen so Emergency Room und dergleichen, wobei wir wissen, dass die Realität natürlich anders aussieht. Aber was ist Ihre Erklärung? Was fasziniert die Menschen so sehr an diesem ganz besonderen Beruf? Also, dass das Thema fasziniert und in den Medien für gewisse Einschaltquoten sorgt, ist nicht zu übersehen. Aber es ist tatsächlich gar nicht so, dass wir jetzt überrannt werden von Leuten, die das gerne machen wollen. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen dieser von Ihnen schön zusammengefassten Möglichkeit, sich dafür zu begeistern, weil sie eben auch, sag ich mal, nie langweilig wird. Also, ich sehe bis zum heutigen Tag immer noch Dinge, die ich 40 Jahre nicht gesehen habe. Das kommt nicht in jedem Hof vor. Aber sie ist auch mit einer hohen, vor allen Dingen physischen und tageszeitlichen Belastung verbunden. Denn das, was so nett aussieht, wenn man um 20.15 Uhr im Fernsehen davor sitzt, das findet auch um 3.47 Uhr statt. Und auch hoch- und entqualifizierte Mitarbeiter, beispielsweise unsere Oberärztinnen und Oberärzte, die können nicht wie in irgendeinem etwas gemütlicheren Fach um 16.30 Uhr nach Hause gehen und anschließend vielleicht in dem oberärztlichen Hintergrunddienst werden sie dann kurz vor Einbruch der Dunkelheit noch einmal angerufen. Und ansonsten schlafen sie ruhig. Bei uns wird auch nachts um 3.00 Uhr gearbeitet und zwar physisch anwesend. Und das ist das, was dann natürlich auch ein Riesen-Nachtzeit ist. Und das kann sich auch jeder ausrechnen. Und das ist eine echte Challenge, sowas bis zur Rente zu machen. Nachts um 3.47 Uhr von 0 auf Vollgas im fortgeschrittenen Berufs- und Lebensalter. Egal ob Pfleger oder Ärztinnen und Ärzte. Und das ist für mich so ein bisschen in der Personalentwicklung die große Zeitbombe, dass wir hochqualifizierte Leute haben, aber für keine Berufsgruppe eine Exit-Strategie haben, wenn es dann irgendwie bei 50 plus nicht mehr so gut geht. Vielleicht müssen die den Weg zum Hausarzt dann finden oder sowas. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn da einer was kann. Aber das ist so ein bisschen das Problem, dass viele junge Leute dafür begeistern können. Aber wenn die alles können und 45 sind, dann ist das ein schmaler Grad zwischen Begeisterung und hoher Belastung. Wie haben Sie es geschafft, sich so zu halten in all den Jahren und mit der Belastung, die damit einhergeht? Nein, ich habe das Glück, dass ich als Chef hier im Hause keine Nachtdienste machen muss. Das muss ich zum Glück nicht. Ich gönne mir das, dass ich gelegentlich 24 Stunden Notarztdienst mache. Da muss ich ja nachts auch aufstehen. Das geht auch noch. Aber letztlich für mich ist das halt so die Hauptbegeisterung. Ich ertrage dafür sehr viel. Ich werde auch nachts nur angerufen. Ich habe jeden Tag zwei Telefone in der Hosentasche stecken. Das ist halt so. Das ist kein 9-to-5-Job. Aber ich bin über diese Notfallschiene, über den Rettungsdienst letztlich in die Medizin gekommen und bin dann halt jetzt, sag ich mal, drin hängen geblieben. Also ich hätte nicht Medizinstudent, wenn ich nicht vorher den Rettungsdienst als Begeisterung entdeckt hätte. Wie war das? Vielleicht noch abschließend zu diesem Komplex des Gesprächs. Wie sind Sie in den Rettungsdienst gekommen? Gute Geschichte. Ich habe irgendwie mal aus Jux und Dollerei mit irgendwie niedrigem zweistelligem Lebensalter, ich glaube, da war ich zwölf oder dreizehn, auf dem Dorf beim Jugendrotkreuz mich angemeldet. Und dann habe ich festgestellt, dass das nicht uncool ist. Und damals war das noch so, dass ganz viel ehrenamtlich Rettungsdienst gemacht wurde. Dann habe ich festgestellt, dass ich mit 16 Jahren dann schon mitfahren durfte. Und dann war ich festgestellt, dass das ganz cool ist eigentlich. Und dann habe ich irgendwie lieber so ein bisschen Ausbildung gemacht, bin dann lieber nachts Rettungswagen gefahren, ehrenamtlich, bis morgens um sieben und von dort aus dann in die Schule gegangen. Dementsprechend war mein Abitur nicht das Beste, weil ich eben mehr Rettungsdienst als Abitur gelernt habe. Und nicht die beste Qualifikation, um dann Voraussetzungen, um dann Medizin zu studieren. Ja, ich hatte dann Glück, dass ich halt trotzdem den Studienplatz gekriegt hatte. Und so ist das dann irgendwie alles passiert, ja. An dieser Stelle unterbrechen wir unser Gespräch mit Professor Kiel und freuen uns auf eine Fortsetzung in der kommenden Woche zum Teil 2 zu diesem Podcast. Die Björn-Steiger-Stiftung. Der Podcast. Die Björn-Steiger-Stiftung. Der Podcast. Untertitelung des ZDF, 2020